Willkommen zurück zu Banished! Ja, ich werde dem Spiel doch nochmal eine Chance geben und nochmal so Kleinigkeiten probieren und dann mal schauen, was da auswird, weil, ne, man will ja es dann dennoch selbst irgendwie so ein bisschen tatsächlich schaffen. Ob man das dann schafft, ist so eine andere Geschichte, aber das ist zumindest zuerst mal so die Idee. So, als erstes bauen wir eine Schule, damit die Leute irgendwie effizienter mal arbeiten. Ob das klappt, ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Radius man in dieser Schule bauen sollte und so. Ich hab davon sowas von, keine Ahnung. Ähm, wir werden zusehen, dass wir hier mehr Brunnen erstellen. Wir werden zusehen, dass wir zukünftige Häuser auf jeden Fall weiter auseinander erstellen oder bauen und sowas. Wir wollen mehr Leute in der Eismieder. Gut, die haben wir jetzt. Ähm, ja. Wir müssen gucken, wie wir überleben. Ähm, weil, äh, das ist schlicht, dass wir das nicht konnten. Es war ja auch so die Frage, ne, wegen Sandbox-Spiel und sowas und, äh, wo ist da mein Ziel? Mein Ziel ist es eigentlich, eine, eine florierende Wirtschaft zu haben, in der halt alle so, erst mal so auf so einen Nullpunkt sind, weißt du, alle sind immer zufrieden. Ne, das ist schwierig zu erreichen, aber das ist halt immer so mein, mein Ziel in solchen Wirtschaftssimulationen. Einfach mal, ne, gucken, dass alles läuft, ohne, dass man da jetzt irgendwie Probleme haben muss. Das ist schwierig, das weiß ich selber, aber nicht unmöglich. Ne, so, wir brauchen zwei Bauer, sonst, also Bauarbeiter, sonst wird das ja nichts mit dem Bauen hier. Na, mal gucken. Einfach mal gucken. Und, äh, das Hin- und Herwechseln zwischen den einzelnen Berufen sollte ich wahrscheinlich lassen, weil das verbraucht Werkzeuge. Das wusste ich nicht. Weißt du, ich habe ja sonst hier mal Farmer weggenommen und dann hier Richtung Steinmine schmeißen, aber dann halt ihre Hacke weg. Anstatt die dann aufzuheben, für wenn sie dann irgendwie, ne, den, den Beruf wieder aufnehmen oder sowas. Na gut, weil sie nicht wissen, dass sie den Beruf wieder aufnehmen, ist schon klar, aber eigentlich denkst du dir so, ja, das kann man doch nur benutzen. Und so passiert das natürlich auch, dass ich zum extremen Werkzeugmangel komme und so. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Ne. Aber nur denn. Wir wollen zusehen, dass das jetzt vernünftig wird. Das Boardinghaus hier ist ja auch wieder existent und hast du nicht gesehen. Mal gucken. Ne, wir haben ja auch eigentlich genug Waren, dass wir das hier alles vernünftig bauen können. Wir müssen halt nur zusehen, wie machen wir das so richtig. Ne. Und was halt auch als Tipp gegeben wurde vom Larion, der hat viele Tipps gegeben allgemein. Ähm, verschiedene Arten von Sachen hier anzupflanzen und nicht einfach nur Weinzen, weil das verhindert dann Verseuchungen und sowas. Und die Sache ist die, dann bräuchten wir erstmal wieder einen Trading Post und dann brauchen wir dieses ganz teuren Samen und sowas. Und ja, das ist ja auch sowas, da arbeite ich im Endeffekt halt mehr oder weniger drauf hin. Nur erstmal alles dafür überhaben und sowas. Das wird halt schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Ne. Wo kommen wir denn die Textilien her? Wir haben doch gar keinen Tailor. Ach, das ist hier. Ah, okay. Daraus muss ich immer die Klamotten herstellen. Ich frage es, wo kommen die Textilien her? Wo kommt der ganze Stoff her? Ja, das frage ich mich gerade so ein bisschen, weil ich habe doch eigentlich nichts, was jetzt da irgendwie sowas herstellen kann, oder? Hm. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwie eine halbe Baumwollplantage habe oder sowas. So. Ähm. Bauarbeiter weg. Wir brauchen Teachers. Mindestens einen. Wir brauchen bestimmt auch mehr als eine Schule. Aufgrund der hohen Population oder sowas. Wir werden ja sehen, wie viele Studenten hier dann reinkommen. Ich kann mir aber halt wirklich vorstellen, dass wir in dem Bereich hier, weil es näher dran ist, auch nochmal eine Schule brauchen werden. Und ich werde das Risiko eingehen und das jetzt auch tatsächlich machen. Ne. No risk, no fun und so. Kennt man ja. Ähm. Die Frage ist halt, wohin? Wo ist denn hier mal Platz dafür? Ich habe doch keine Ahnung. Ich baue hier nur. Man müsste hier tatsächlich hier ein Stückchen vom Wald langsam wegnehmen, ne? Na gut. Was muss, das muss. Sind auch viele Labora jetzt gerade weggegangen. Ich weiß nicht, ob da jemand verstorben ist oder sowas. Hier haben wir immer noch kein Studenten. Warum? Stone is low. Ja gut, geht. Geht. Kann man machen. Ich nehme hier mal ein paar aus einer Steinmine weg, damit wir ein paar Labora haben, weil uns anscheinend hier wieder irgendwo Leute wegsterben. Wahrscheinlich aufgrund von Altersschwäche oder sowas. Ich weiß ja auch nicht. Na mal gucken. Das wird schon. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. So, das ist fertig. Machen wir da auch einen Teacher rein. Ob da jetzt Studenten hinkommen? Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja auch im Moment wirklich sehr wenig Kinder. Und wenn wir nicht Kinder haben, können wir nicht wirklich viele Studenten haben. Das heißt, die müssen sich erstmal so langsam alle fortpflanzen. Und ob das klappt? Ich habe keine Ahnung. Das heißt, wir müssen halt tatsächlich warten, dass die Kinder halt erwachsen werden. Dass die Erwachsenen mehr Kinder zeugen. Wenn sie natürlich niemanden zeugen, ist halt schlicht. Ne? Ah, gut. Schauen wir mal. Wird schon. Muss ja. Muss ja irgendwie werden. Und ja, wenn ich hier so rauszoome, dann sieht das echt so aus, als wären hier überall Ameisen hier auf den Feldern und sowas. Das ist schon ganz nett. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ich habe keine Ahnung. Es ist im Moment wirklich ein Pus abgewartet. Wir haben zwei Studenten. Das ist schon ein guter Anfang. Sind zwar beide hier einsässig und nicht da hinten, aber okay. Vielleicht kommen hier irgendwann auch noch welche hin. Und die Studenten, wenn sie ausstudiert haben, sollen ja angeblich dann besser arbeiten als herkömmliche Arbeiter. Ob das klappt? Keine Ahnung. What? Ähm. Warte mal. Was ist das? You're received an award healthy? Okay. Wofür denn das? Weil ich, weil die so lange gesund sind, oder was? Hm. Okay. Okay. Ist genehmigt. Kann man machen. Müssen wir halt nur noch irgendwas tun für deren Happiness. Also brauchen wir dann halt bald sowas wie eine Taverne und so. Weil die Happiness lässt halt gerade so ein bisschen nach. Ich meine, die ist natürlich auch sehr gesund hier ohne Werkzeuge manchmal zu arbeiten und sowas. Ja. Kann man machen. So, was kann man denn für Happiness tun? Ähm. Happiness ist so überwiegend hier. Also vielleicht hier sowas wie, wie eine Kirche. Kostet zwar auch extrem viel. Aber wahrscheinlich eher sowas wie eine Taverne oder so. Das hatten wir doch hier auch irgendwo. Ich weiß nicht mal wo. Da. Eine Taverne. Kostet aber auch so unendlich viel. Und dann müssten wir halt erstmal Brauer haben oder sowas. Oder ist das im selben Gebäude? Ich weiß es nicht. So weit habe ich ja nie gespielt. Seit über 30 Folgen hier dabei. Und so weit bin ich noch nie gekommen. Hm. Iron ist low. Ja, ja. Du mich auch. Aber es wird hier schon wieder weniger Labor. Ich nehme hier mal ein paar raus. Es sterben zur Zeit viele. Wahrscheinlich an Altersschwäche oder so. Hm. Ich lasse es mal erstmal mit dem Bauen. Ne. Weil. Ich weiß nicht. Ob wir dann halt wirklich zu Problemen kommen. Weil uns halt irgendwo dann die Leute fehlen und so. Erstmal die Leute, die wir haben. Weitermachen. Und hast du nicht gesehen. Und dann mal gucken. Der hat auch einen Studenten. Halleluja. Wird ja mal besser hier. Halt irgendwann die Häuser hier abreißen. Und Steinhäuser draus machen oder so. Also theoretisch haben wir auch noch viel, viel Platz für. Weitere Leute, die hier wohnen. Aber. Derzeit haben wir hier niemanden, der hier wohnen will. Was haben die denn im Inventar? Achso. Das Zeug. Ja gut. Ist okay. Ah ja. Seitdem ich nicht mehr in Notar wechsle zwischen Farmer und anderem Gedöns, verlieren die auch keine Werkzeuge mehr. Oder nicht mehr so viel. Halleluja. Wie viel Holz. Und das ist Kohle? Glaube. Ja, ja. Theoretisch muss ich halt auch die Kohle abbauen für, ne? Bessere Werkzeuge, für Stahlwerkzeuge, die da halt auch nochmal länger halten. Nur, ne? Das ist da halt auch sowas, da würde ich halt drauf hinarbeiten. Bald, wenn wir halt wirklich mehr Leute haben. Mehr überflüssige Leute. Das war halt dann sagen können. Ja, wir haben so viele überflüssige Leute. Wir können uns leisten hier, weiteres Bergwerk zu erstellen. Und dann halt dort Kohle abzubauen oder sowas. Ne? Weil Eisen will ich auf jeden Fall nicht unterbrechen, die Produktion. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen viel Eisen. Weil wir brauchen noch viele Werkzeuge. Nein, natürlich brauchen wir halt Werkzeuge, die mehr halten. Aber, naja. Man kann nicht alles haben und so. Ja? So, es wird jetzt auf jeden Fall noch lange dauern, bis unsere Studenten hier weiter ausgebaut sind. Und ich kann halt in dem Atemzug jetzt derzeit mit unserem Personal, das wir haben, nicht viel machen. Was wir halt sehen, ist halt, dass uns halt derzeit Leute wegsterben. Äh, und wir manche Arbeitsplätze nicht mehr vollständig befüllen können, weil wir keine Arbeiter mehr dafür haben. Das heißt, die sterben uns weg. Aus unbekannten Gründen. Ich gehe mal davon aus, es ist überwiegend wirklich Altersschwäche. Weil wir haben ja viele Leute, die ein bisschen alt sind. Ähm. Hier sehen wir es ja. Das Eventblock. Old Age. Äh, Old Age, Old Age. Also die ganzen Alten sterben gerade weg. Hm. Ja, also das ist schon so ein bisschen was. Ja. Derzeit sterben sie alle wegen Tod. Wegen, wegen, wegen Altersschwäche. Ähm. Achso, das ist Pop-Up-Notiz für Old Age. Okay. Sehen wir da irgendwo eine Übersicht über, wie unsere Leute derzeit so sind, hier vom, vom, vom Alter her und so. Wir sind Pfade. Wir sind Pfade. Achso, das ist die Pfade hier von, von den Leuten. Okay. Ähm. Ja, also halt so eine, so eine, so eine, so eine Bevölkerungsübersicht habe ich dafür jetzt nicht. Okay. Gut. Oder halt auch nicht gut. Das heißt aber auch, so langsam haben wir dann das Zeitalter der, der etwas Jüngeren dann bald erreicht. Und, haben dann irgendwann die Chance auf viel Nachwuchs und so. Das ist halt nur diese Phase jetzt hier einigermaßen überstehen. Auch wenn es mir schwerfällt, aber muss ja irgendwie. Ich muss ja irgendwo was reduzieren, damit andere mehr Platz haben. Ich könnte auch hier einen Schmied wegnehmen. Euch fehlt natürlich Eisen. Was denn auch sonst? Hm. Hm, 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 hm. Alles nicht so einfach. Alles überhaupt nicht einfach, das alles so zu managen. Dass alle überleben können. Weil bestimmte Berufsbereiche müssen ja quasi erfüllt sein, damit andere wiederum, ne? Mehr Platz haben. Wir nehmen tatsächlich mal, ich bin mal so waghalsig und sage, ich nehme ein paar Schmiede mehr weg. Wir haben vielleicht ein bisschen Eisen sparen. Wir haben erstmal Werkzeuge. Werkzeuge ist erstmal okay. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Wichtig ist mir, dass die anderen Leute jetzt erstmal überleben. Förster brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall Woodcutter, Farmer für die Nahrung und alles. Und im Moment ist halt alles ein pures Abgewahrte. Und ich hoffe nicht, dass jetzt gleich wieder irgendwie ein Großpantar herkommt. Oder irgendeine Seuche, die mir einfach sämtliche Tiere tötet und sowas. Ja, muss nicht sein. Wenn ich ganz ehrlich, muss nicht sein. Warte mal schauen. Klingt ja schon noch gereichselt, hoffe ich. Bin auch auf dem Überlegen, ob ich hier dann irgendwo hin expandieren werde. Also bald. Nicht jetzt sofort, aber halt bald. Hier ist theoretisch viel Flachland. Wo man dann was machen könnte. Naja, halt wieder eine neue kleine Siedlung aufbauen und sowas. Wo halt auch viel Eisen rumliegt. Was natürlich auch sehr fein wäre. Und wir hatten dann die Chance auf mehr. Die Vorge ist, die ich mir gerade stelle, könnte ich denn theoretisch. Nur mal theoretisch. So eine Riesenbrücke, die wir über den See machen. Wooden Bridge. Hier, keine Ahnung, so von hier aus oder sowas. Das würde gehen. Fände ich auch irgendwie geil. Muss ich ja tatsächlich gestehen. Ähm. Wo kann ich denn hier bauen? Da. Das kostet aber auch viel, ne? Wird schon. Wird schon irgendwie. So wie immer. Dann machen wir ja da noch einen Weg dazu. Stone Road. Dirt Road. Machen wir mal Dirt Road. Spart mehr. Getönes hier. Ernsthaft? Okay. Also kann hier nicht darüber bauen. Okay. Das geht also auch für Wege nicht. Und wahrscheinlich durch irgendeinen Bugspot irgendwer von denen geht es gleich hier und wird dort verrecken oder sowas. Ich sehe das doch schon. So und hier irgendwo machen wir dann... Nein, hier geht ja nicht. Aber dann machen wir jetzt auf die andere Seite hier einen Trading Post. Ähm. Jetzt nicht sofort, ne? Aber halt dann bald. Ich gucke hier nur schon mal so ganz grob ab. Wo es denn sein könnte. Und man könnte es tatsächlich hier hin bauen. Und hier hin weitere Bevölkerungseinheiten und so. Und hier halt erstmal alles abholzen. Es wäre im Bereich des Möglichen, ob man es macht. Ist eine andere Geschichte. Aber es wäre im Bereich des Möglichen. Und somit würden wir uns halt noch mehr Land erschließen und noch mehr Platz haben für Wattesketöns. Problem dabei ist halt nur wieder... Wir brauchen halt auch wieder zu essen. Ich meine, Essen sieht noch gut aus. Happiness so langsam nicht so. Da ist halt so eine Frage. Wir brauchen erstmal mehr Leute. Wenn wir nicht mehr Leute haben, brauchen wir auch keine Taverne machen. Aber wahrscheinlich ist es so, wenn sie halt nicht happy genug sind, werden sie Selbstmord begehen oder so was. Ich sehe das schon kommen. Irgendwie so ein Dreck kommt da. Ich meine, hier haben wir jetzt nicht wirklich viel Platz und noch mehr. Na gut, wir können hier mehr machen, ne? Noch ein weiteres Feld am Pflanzen. Och, das ist alles nicht so einfach. Die richtige Entscheidung zu treffen. Ich meine, wenn wir ein weiteres Feld haben, brauchen wir auch wiederum mehr Farmer. Oder halt die Farmer, die halt effizient arbeiten können. Gleichzeitig brauchen wir aber halt auch mehr Studenten. Erstmal gucken, dass die Brücke fertig wird und dann weitersehen. Das wird schon. Hoffe ich. Muss ja irgendwie. Und wenn da drüben vielleicht irgendwo so ein Steinhaus hin. Kostet mich zehn Eisen, die ich derzeit nicht habe. Oder man macht dort erstmal einen Stockpile oder macht hier generell erstmal alles Abholzen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. So, Wooden Bridge ist fertig. Was ist das? Golden Gate. Aha. Ha, 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 ha. Oh, okay. Gut. Ähm. Hier. Remove Resources. Macht mal erstmal hier Platz. Machen wir hier dann irgendwo dann einen Stockpile hin, wenn die das dann gemacht haben. Und dann weitersehen. Vielleicht. Eventuell. Ich habe keine Ahnung. Aber wie das dann von hier aus weitergeht, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge von Banished. Bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.